hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache des jugendamt alp donau kreis bleibt weiterhin untätig was die psychische gewalt gegen unsere vier kinder im umfeld deren mutter angeht obwohl ich bei einem hausbesuch ende september den jugendamt mitarbeiterinnen kim anna stark und nadine licht davon erzählt habe dass ich die einschätzung eines fachpersonals psychologischen fachpersonals habe dass bei der mutter psychische folter gegen die kinder angewandt wird in unserem fall geht es ja darum dass ich angeblich laut gericht unsere vier kinder schädigen würde wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede das ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung durch gleichberechtigte eltern also 50 50 und weil das angeblich so schädigend ist diese meiner ansicht nach verfassungskonforme erziehung darf ich drei meiner kinder nur noch zwei woche zwei stunden alle zwei wochen sehen unter beobachtung von zwei frauen die älteste tochter dagegen ist im mai 2009 zu mir geflohen und lebt seitdem bei mir weil sie eben die gewalt die psychische gewalt und auch körperliche gewalt die sie erlebt hat durch die mutter durch die tante durch die oma nicht mehr ertragen hat und diese psychische gewalt ist ja mittlerweile bekannt ich habe ein video darüber gemacht die älteste tochter hat einen audio mitschnitt bei der mutter gemacht ein promovierter psychotherapeut hat sich den angehört und sich ganz klar geäußert hat von mobbing gesprochen und dass er nicht schlafen konnte nachdem er es angehört hatte ein hoher psychischer druck durch die mutter tante und oma der unserer vier kinder und ich habe dem jugendamt alp donau kreis davon erzählt dass da psychische folter ist und dass die einschätzung oder eben das ist was ich aus der einschätzung eines psychotherapeuten gewinnen konnte und deshalb ich der frau kim anja stark und der frau nadine licht vom jugendamt alp donau kreis erzählt die kim anja stark ist die teamleiterin des jugendamts alp donau kreis und die frau nadine licht arbeitet in der außenstelle ehingen und das war jetzt ende september als ich den im haupt im hausbesuch erzählt habt und es ist nichts geschehen niemand reagiert dabei müssten mittlerweile auch die vom jugendamt eigentlich schon längst von diesem audio mitschnitt auch wissen denn es gab eine stellungnahme auch der kjp ulm da steht drin dass die älteste tochter der psychologin dort ein heimlich aufgenommenes audio vorgespielt hat und dabei stark geweint hat danke fürs zuschauen und falls ihr über neue videos benachrichtigt werden wollt dann abonniert bitte unseren kanal auf youtube den freifarm kanal aktiviert die glocke damit über alle videos benachrichtigt werden und falls ihr selbst den fall habt über den wir berichten sollt schreibt bitte an info.freifarm.de und jetzt im abspann bekommt ihr den link wo ihr informationen erhaltet wie ihr spenden könnt um unsere sache zu unterstützen die freiheit für familien damit wir über noch mehr fälle berichten können danke nochmal fürs zuschauen und tschüss zusammen